Heinz-Christian Straches verloren in den sozialen Medien dürfte es nicht entgangen sein. Wo der frühere FPÖ-Chef sonst sein Familienglück zur Schau stellt, sieht man den Politiker nun immer öfter alleine. Auch in dem Posting, das Strache zu seinem 51. Geburtstag am Freitag absetzt, fehlt jede Spur von Ehefrau Philippa und ihrer Hündin Linda, die sonst meist Straches Netzgrüße schmücken. Im Internet herrscht nun Aufregung. Alles fragt sich, wo steckt Philippa? Es häufen sich aus mehreren Quellen Hinweise, dass sich der Wien-Wahlkandidat vom Team Strache und seiner Ehefrau getrennt haben sollen. Gerüchte über eine Scheidung hat es bereits letztes Jahr nach Auffliegen des Ibiza-Skandals gegeben. Damals erklärt Philippa aber, ich stehe zu meinem Mann. Und jetzt stellt sich abermals die Frage, ist es wirklich aus? Bestätigung gibt es dafür keine. Auffällig ist aber nicht nur Philippa Straches Abwesenheit im Online-Auftritt des einstigen Social-Media-Königs. Von der wilden Parlamentarierin, sie ist 2019 noch für die FPÖ angetreten, wurde aber später wegen der aufgeflogenen Spesen-Affäre von dem Blauen ausgeschlossen, fehlt auch bei Heinz-Christian Straches Pressekonferenz zu seiner neuen Partei jede Spur. Früher hat sie ihn stets zu jedem öffentlichen Auftritt begleitet. Noch dazu soll Philippa, die ja immerhin einen Sitz im Nationalrat hat, noch immer nicht Mitglied des Teams HC sein. Ein Fotovergleich verrät jedenfalls so manches bekanntes Detail. Wer bei den letzten Parlamentssitzungen ganz genau hingesehen hat, dem mag aufgefallen sein, dass Philippa ihren Ehering nicht mehr trägt. Am 13. Mai hat sie diesen noch getragen. Bei ihrer Rede am 28. Mai erscheint sie ohne Ehering im Hohen Haus. Bei Straches Geburtstagsfeier am Freitag soll Philippa zwar dabei gewesen sein, wie man im Team HC betont, ein angekündigtes Foto ist aber bis jetzt ausgeblieben. Während in sozialen Medien heftig darüber diskutiert wird, ob eine Berichterstattung über Potenzmittelkäufe von Politikern – Heinz-Christian Strache hat ja seine Pillen über die FPÖ abgerechnet – angebracht ist, schäumt der Betroffene. Strache ärgert sich in einem Posting über Fake-News-Hetze. Es reicht, schreibt der Ex-Vizekanzler. Es handele sich nicht um ein Potenzmittel, sondern um verschreibungspflichtige Medikamente gegen Prostata-Hyperplasie. Es gibt nichts Schäbigeres, als über Krankheiten zu berichten, so Strache weiter. Apropos, wie es mit Ehefrau Philippa weitergeht und ob die Jungfamilie den Vatertag gemeinsam verbringt, darüber kann im Moment nur gerätselt werden.